So, wow, nein, haha, Cedric, ja, du bist gerade nicht in Final Fantasy mehr, es heißt falsch an, ja, ist tödlich, mhm, das ist bei Gothic so, weil Gothic heißt nicht ohne Grund, ja, und, und, ne, 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 ne. Wenn ich endlich neue Männer bekomme, wartet die herrliche Überraschung auf mich, dass es uneheliche, unausgebildete, schwachsinnige Nachkommen irgendeines Lords sind, aber die Lords schicken mir immer mehr von ihnen, die Bezahlung ist schlecht, die Aussichten auch, aber man bekommt eine Uniform, also steht mir eine Legion von Bastarden zur Verfügung, die den Marit vor Taschendieben, Mördern und was weiß ich noch beschlossen soll, und die handverlesenen Männer von Arl Howe sind die Schlimmsten. Pfff, der Typ hat so einen richtigen Montagmorgen. Jetzt sei ich still, verrat doch nicht alles, jetzt kommen neue Leute rein und jetzt machst du hier direkt wieder einen auf, ah, das ich klauen würde, das würde ich niemals machen. Oh, ein bisschen Brot. Wir lassen das mal schnell. Ich hab nix geglaubt. Cool, der frisst ja wirklich. Henry, das ist bei meiner Community auch üblich, die freuen sich, wenn ich sterbe. Das ist so ihr Ding. Ein Ork kommt geflogen, ganz still und stumm, er schreit vor lauter Schmerzen und war doch nicht stumm. Sag, wer mag der Ork denn sein? Das war ein kleines Neko-Schlawinerlein. Na, 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 na. So, ha. Machen den? Die machen den Schattenläufer? Nein, machen sie nicht. Ich weiß es nicht, warum ich jetzt ein Winterlied singe. Lalalala. Alter. Alles klar. Lass dir's schmecken. Ich hoffe, ich schmecke gut. Hast du noch Geld? Ja. Spuck mal aus, weil ich brauch einen fast vollen Beutel, um den Hafen zu bauen. Ah, noch ein paar? Okay, danke. Reicht. Ich hole mir mein Geld woanders wieder. Weißt du, da geht der Kerl zum Mede. Hey, wie wär's denn heute verdient? Das klingt irgendwie komplett falsch, ne? Oh Gott, ja. Aber das ist effektiv gerade passiert. Wo ist deine Brücke? Ah, jetzt weiß ich auch, wo die Typen sind. Die stehen oben auf der Brücke, wisst ihr? Ja, gut. Der wär auf dem Festival perfekt aufgehoben, der Typ. Dir schmeckt das richtig geil oder schmeckt's obergeil? Will ich mal wissen. Eins für richtig geil, zwei für obergeil. Käse, Käse und nochmal Käse. Also, was meint ihr? Oh. Hm. Was haltest du gesagt? Zwei obergeil. Drei. Drei.